Jo, was geht ab liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Watch Dogs 2. So, es geht weiter für uns, wir müssen ein Filmscript stehlen und wir müssen was anderes erledigen. Wir kümmern uns erstmal ums Filmscript, glaube ich. Schatz, ich kann nichts machen. Nein, nein, nein. Was war das? Das war schlecht, Bruder. Shit, aber ich komme so nicht rein. Was war das? Ich bin getroffen. Das ist interessant. Genau. Und du sagst, er hat uns beigetragen. Schau da drüben nach. Ausschwärmen, such die. Sie haben einen Freund getötet. Ah, dann sind sie die Mann von die Mann. Ach, da rein. Ausschwärmen, sie machen alles nur noch schlimmer. Hä? Wieso komme ich da jetzt nicht dran? Lächerlich. Ich will eine echte Herausforderung. Sauber, ich gehe weiter. Bleib wachsam. Die Spur ist falsch. Wir melden uns beim Sergeant. Ja. Ich habe es. Wir haben das ganze Skript von Cyberdriver. Ich habe da diesen Hund aus dem Tierheim. Und ich meine, er ist schon echt süß und so. Also diese kleinen, süßen Hütte, die sind haarig. Und sie kann voll in den Tierheimen. Ich habe die ganze Kühle voll. So, das war Punkt 1 des Tages. Ups. und immer total gut. Fertig. Bio ist以前 Musik. Was ist dein Leben? surfacesalerhe cercung. Caut, Hütte, Hütte. was ist das? oh shit was macht er jetzt? ha 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 verdammt hey beöffne ich mein Feuer mein Fahrzeug wow wow oh oh mein Gott oh das kann funktioniert haben ha 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 was warum bin ich auf der Reichweite? oh kurz wo bin ich denn gerade? ok warte mal ganz kurz ok Leute ich bin drin scheiße man das war gerade ein bisschen Mist dass ich jetzt aus der Reichweite komme war jetzt nicht der Plan ehrlich gesagt nicht we're running out of organic teils in the craft table could you please fit that one with the P80 test for more oh shit Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ähm, wo ist jetzt das Ding, wo ich rein muss? Shit, 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 shit. Ah, da ist das. Na bitte, ich hab die E-Mails. Hm, nice, die nicht so geheimen Mails. Okay, ich hab dann wohl alles. Was ist mit dem Auto? Ist nicht hier. Wir müssen das wohl irgendwie anders finden. Ich hau jetzt ab. Ich bin mal sowas von weg, Leute. Und das hat funktioniert. Na, Tendenz. Hey, Leute, ich hab ne Mail, in der steht, dass sie das Auto irgendwo hinbringen. Nur leider nicht, wann und wohin. Ist schon okay. Ich glaub, ich hab einen Plan B. Missionsziel ist erfüllt. Warum ist mein Auto jedes Mal weg? Jedes Mal muss ich mir ein neues Auto organisieren. Äh, woops. Ich kenne einen Paparazzo, der weiß, wo der Wagen ist. Er wartet auf dich. Wir geben ihm was immer er aus dem E-Mail-Dump haben will. Du kannst ihm trauen. Okay. Du hast Paparazzi-Kontakte? Gibt es jemanden, den du nicht kennst? So bin ich. Jeder kennt und liebt mich. Oh, yeah. Gut, dass ich hier lang gekommen bin. Einfach der Hammer. Okay. Heute ist mein Glückstag. Oh, yeah. So, wo muss ich jetzt genau hin? So lange ist es geil. Uh. Upsi. So, ein großer Typ jetzt. Alles klar. Alles klar. Wie soll das sein? Genau wie ich, wenn ich zu spät am Check-In-Schalter bin und das Boarding läuft. Scheiß auf den Boden. Was ist da oben? Was ist da oben? Ja, wie komme ich denn da jetzt nach oben hin? Oh, ja. Wie kommen wir denn nach oben? Wow, sorry. Kann ich irgendwas öffnen überhaupt? Das hängt jetzt auf, aber ich komme nicht rein. Ja, hab ich auch zu sagen. Auf jeden Fall, der ist da oben. Jesus Christ, wie komme ich denn nach oben jetzt hoch? Ruf mal einer den Notarzt. Das geht ja immer super. Also freue ich dich schon auf dieses Mal. Vor ein paar Jahren... Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da nach oben komme, wo der Typ ist. Ist irgendwo der Cameroot? Hier ist rein gar nichts. Ja, das hilft mir alles gerade irgendwie nicht weiter. Ähm, ja, das hilft mir alles gerade irgendwie nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. 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 Ein Arm. Da rein perché ansansieren... Also vögeln die echt? Ich wusste es. Tja, okay, das klingt doch gut. Ist schon gesendet. Cool, Mann. Sehr cool. Okay, ich habe Ihnen die GPS-Daten des Autos geschickt. Thank you, thank you, thank you. Okay, Suli, Leute, ich mache hier mal einen Folge. Einen Break. Ich bin immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Von Watch Dogs 2. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.